Nando Eckenberger, der SC-Raposilio Nalegas. Sie spielen einfach, sie spielen diszipliniert. Aber woher nehmen Sie die Ruhe in dieser Serie? Ich glaube, es baut sich auf, wenn wir nicht gewusst, dass wenn wir unser Spiel spielen, dass wir sie schlagen können. Das haben wir die ganze Zeit schon gezeigt, das haben wir gegen Biel schon gezeigt. Dass unser Spiel, ja, wir wissen, wie. Wir wissen, dass wir hart spielen, einfach spielen. Und das zeichnen wir die ganze Serie durch. Und wir haben gewusst, dass wenn wir so spielen, spielen wir so fertig. Eine Überzeugung, 3-2-1-Führung. Wir können jetzt nicht in die Garderobe, aber nehmen Sie uns doch gedanklich mit. Was läuft jetzt gerade aktuell ab? Ja, ich habe sicher mal noch ein bisschen Glücksgefühl. Das Ganze gewonnen, jetzt sind wir 3-1 vorne, aber ich glaube, es ist noch nichts gewonnen. Weil jetzt können wir uns kurz ein bisschen für das Spiel feiern und nachher so schnell wie möglich Regeneration, nach Hause, essen, schlafen. Morgen reinkommen, jeder machen, was er braucht. Und dann gehen wir schon übermorgen auf Lugano. Und wir wollen es natürlich fertig machen, aber es braucht sicher noch viel für das.